Wenn du Embodiment lernst, wenn du mit Embodiment arbeitest, entwickelst du neue Sinne. Deswegen nennen wir unsere Methode die Körpersinn-Methode. Und zwei Sinne sind dabei besonders wichtig. Der propriozeptive Sinn und der kinästhetische Sinn. Was sind diese beiden Sinne? Der propriozeptive Sinn ist der Selbstwahrnehmung Sinn. Wie nehme ich mich wahr? Wie spüre ich mich? Und du lernst durch Aufmerksamkeit und durch Achtsamkeit diesen Sinn zu entwickeln, so dass du lernst, überhaupt zu wissen, was dein Körper macht, wie du dich fühlst. Ein Psychologe, der auch mal bei mir zur Praxis gekommen ist, erzählte mir diesbezüglich von einem Klient von ihm, der Depressionen hatte. Und immer wenn der Psychologe ihn fragte, ja wie geht es Ihnen denn heute? Dann sagte er, ja normal. Dieser Mensch konnte nicht unterscheiden zwischen, ja heute geht es mir etwas besser, ja heute spüre ich, dass ich etwas fröhlicher bin, dass mein Körper sich leichter fühlt, dass ich sehr deprimiert bin, dass ich kaum noch aufstehe, dass ich traurig bin. Für ihn war alles normal, weil seine Selbstwahrnehmung nicht differenziert ist. Und das ist ein Phänomen, dass wir immer mehr haben, denn wir leben in einer Gesellschaft, die dich eigentlich darauf trainiert, immer weniger zu fühlen. Halte durch, Zähne zusammenbeißen und durch, stell dich nicht so an, setz dich acht Stunden in der Schule und lerne. Wir werden von Anfang an dazu erzogen, nicht zu fühlen und unsere propriozeptive Sinne verkümmern. Wie kannst du ein propriozeptiver Sinn bei dir wahrnehmen? Da gibt es eine ganz einfache Übung, wo du intensiver spüren kannst und merken kannst, wie du durch Achtsamkeit etwas intensiver deinen Körper spüren kannst. Und zwar nimmst du dein Zeigefinger und fängst an, dir vorzustellen, dass eine kleine Ameise in deine Fingerkuppe anfängt, kleine Kreise zu ziehen. Wenn du magst, kannst du auch kurz mit dem Zeigefinger der anderen Hand mal lang gehen, dann spürst du schon, dass da etwas intensiver passiert. Aber du kannst das auch ohne Berührung machen und beginne zu spüren, was passiert und was sich in deinem Gefühl vom Zeigefinger verändert. Achte dabei auf deine Atmung, deine Schultern, deine Wirbelsäule und deine Füße und spüre ganz intensiv, wie diese kleine vorgestellte Ameise in deinem Finger krabbelt. Vielleicht merkst du, dass jetzt dein Zeigefinger ganz intensiv krabbelt. Einfach nur, weil dein Nervensystem durch deine Aufmerksamkeit alle Sinne, dein proproseptiver Sinn, zum Finger geschickt hat und plötzlich fühlst du deinen Finger intensiver. Es kann sogar sein, dass man das Gefühl hat, dass er dicker wird, ja, weil sogar Blut ganz anders dahin fließt. Wenn du deine Propriozeptive Sinne, deine Selbstwahrnehmungssinne entwickelst, hast du einen besseren Zugang zu deinem Körper, aber auch zu all dem, was du fühlst und was du denkst. Du spürst feiner. Kinästhetischer Sinn ist dein Bewegungssinn. Was ist dein Bewegungssinn? Wenn ich zum Beispiel dir jetzt eine kleine Übung gebe, und zwar, dass du versuchst, mit der einen Hand auf deinen Kopf zu klopfen und mit der einen Hand versuchst, deinen Bauch zu streicheln. Dann wirst du merken, dass du mit der Hand anfängst, sowas zu machen oben und mit der anderen Hand vielleicht auf deinen Bauch klopfst. Und wenn du die Augen aber beginnst zu schließen und du die Bewegung spürst und sehr bewusst versuchst, diese Bewegung auszuführen, dadurch, dass du auch die Augen geschlossen hast, beginnt eventuell die Bewegung leichter zu werden. Das ist eine ganz kleine Übung, wo du beginnst zu merken, ich kann Bewegung anders lernen und dadurch bewusster ausführen und auch getrennt, differenziert rechts und links bewegen. Eine andere Übung ist, wenn ich versuche, meine Hände so zu bewegen und du merkst, wenn du die Augen schließt, gelingt das wieder leichter, weil du dein Körper mehr spürst und fühlst, wie dein Körper sich bewegt. Wenn du versuchst, das zu machen, indem du guckst, ist es meistens die verwirrende, weil du nicht deinen kinästhetischen Sinn benutzt. Das heißt, mit deinem kinästhetischen Sinn lernst du dich zu spüren, wie Bewegung sich anfühlt, zu spüren, wie Bewegung funktioniert. Tänzer haben einen fantastischen kinästhetischen Sinn, Sportler haben einen kinästhetischen Sinn. Und wir haben auch einen kinästhetischen Sinn, der aber häufig verkümmert ist, weil wir den nicht mehr so viel nützen. Wir haben ganz viele Muster entwickelt, ganz viele Gewohnheiten und sitzen zu viel und bewegen uns zu viel. Unser Überleben hängt leider nicht mehr davon ab, dass wir jagen gehen, im Acker unsere Kartoffeln pflanzen, dass wir klettern, pflücken, dass wir lange wandern müssen und überhaupt Essen zu finden. Wir haben aufgehört, uns zu bewegen, aber unser Körper ist immer noch der gleiche Körper wie vor 10.000 Jahren. Er braucht Bewegung, er braucht kinästhetische Sinne, er braucht, dass wir propriozeptive Sinne entfalten. Dann ist er lebendig und dann ist er gesund. Das ist, was wir auch mit Embodiment versuchen wieder zu entfalten und zu lernen, diese Sinne zu spüren und zu differenzieren. Dann kannst du dich so bewegen, wie du willst, so kommunizieren, wie du möchtest. Dann kannst du Muster verändern und dich lebendiger fühlen und selbstverständlich leichter und flexibler dich bewegen und viel länger jung bleiben. Dankeschön.